Musik Ja, heute das Thema, das letzte Mal Latein, Homo Deus, aber Fragezeichen, der göttliche Mensch und ich zeige es nochmal, wie gesagt, die englischsprachige Ausgabe Homo Deus. Ich war wirklich, ich habe in Dortmund und ja, am Flughafen tatsächlich gesehen, in den Buchhandlungen, selbst überall ist dieses Buch, die deutsche Ausgabe, gegenwärtig. Und auch die anderen Bücher von Harari, der hat ja insgesamt jetzt schon drei geschrieben, die es alle auf Deutsch gibt. Allein schon, wenn wir schon über Mission reden und ein Buch heißt der göttliche Mensch, dann ist das eine Herausforderung an uns Christen. Was ist jetzt, ist der Mensch jetzt göttlich oder wie oder was? Was ist jetzt unsere Reaktion da drauf? Schließlich Gottheit, das ist ja unser Ding von uns Kirchen. Da sind wir für zuständig und dieser Atheist aus Israel, was schreibt er da vom göttlichen Menschen? Also, wenn wir Mission betreiben wollen, heute unter unseren Landsleuten, die offensichtlich dieses Buch lesen, sonst würde das nicht überall verkauft werden, müssen wir uns damit beschäftigen. Deswegen bin ich halt auch nur auf diesen Titel gekommen, um ihn aufzugreifen. Also Homo Deus, Fragezeichen. Es gibt Bücher, die in die Zukunft blicken. Es gibt viele Science-Fiction-Filme, die in die Zukunft blicken. Ich nenne nur einige The Matrix vor 20 Jahren, I'm a Legend mit Will Smith, Avatar, The Book of Eli, In Time, Elysium oder der große Science-Fiction-Klassiker Blade Runner. Erster Teil 1982 von Ridley Scott mit Harrison Ford. Und vor zwei Jahren gab es eine Art, eine Fortsetzung, Blade Runner 2049. Da sehen wir hier eine Szene. Und wie auch in dieser Szene sieht man, diese ganzen Filme zeichnen ein düsteres Bild der Zukunft. Also ein sehr düsteres, wie man auch hier sieht. Los Angeles im Jahr 2049. Frische Luft gibt es da nicht. Die Elite der Menschheit ist da schon längst nicht mehr, lebt nicht mehr auf der Erde. Das ist ja ein Thema in vielen dieser Filme. Eine Elite geht's gut und der Rest sind Arbeiten so sklavenmäßig für diese Elite. Ja, in diesem Film sehen wir statt schönen Utopien postapokalyptische oder dystopische Welten. Und wahrscheinlich müssen wir nicht mehr lange warten, bis wir auch einen Science-Fiction-Film haben, der die Klimakatastrophe verarbeitet. Wie die Menschen nach der Klimakatastrophe leben oder so, ist wahrscheinlich jetzt vielleicht schon in der Mache. Ja, also wir haben diese pessimistischen Filme aus Hollywood und im sehr seltsamen Kontrast steht dazu der Optimismus vieler Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure. Vor zwei Jahren behandelte der Spiegel in seiner Osterausgabe und Spiegelkenner wissen, die Osterausgabe des Spiegels ist immer religions- und kirchenkritisch. Behandelte der Spiegel wieder ein religiöses Thema. Damals war es ewiges Leben. Rechts oben sehen wir den Titel. Ewiges Leben, ein Traum, der so alt ist wie die Menschheit, den Tod zu besiegen und Unsterblichkeit zu erlangen. In der Titelgeschichte kommen Religions- und Kirchenvertreter kaum zu Wort. Vielmehr ging es um Grundlagenforschung in dem Artikel. Nun stehe an der Schwelle zur klinischen Praxis, womit sich Wissenschaftler lange beschäftigt haben. Eine Vorhut unter diesen hat den Sieg über den Tod ins Visier genommen. Demnächst soll die erste klinische Studie starten, deren Ziel die Verlängerung des menschlichen Lebens ist. Also der Tod, die Überwindung des Todes wurde jetzt ins Visier genommen. Dort heißt es im Artikel, dass an zwei unterschiedlichen Versionen der Unsterblichkeit auf Erden gearbeitet wird. Da ist zum einen die Vorstellung, den Körper dauerhaft gegen den Verfall zu wappnen. Die andere wird besonders von Computervisionären propagiert. Sie finden sich mit der Vergänglichkeit des Körpers ab und setzen stattdessen darauf, das geistige Ich von seiner sterblichen Hülle zu befreien. Eine Grundidee, es gelte, den Inhalt des Gehirns auszulesen und im Computer hochzuladen. Also das Ich wandert drüber in den Computer. Das Mind Uploading, wie das heißt, kommt dem Aufstieg der Seele in den digitalen Himmel gleich. Ja, das ist so der Stil des Spiegels, ein bisschen reißerisch. Erwähnt wird in dem Artikel auch der Cheffuturologe oder Futurist Ray Kurzweil, der Cheffuturist von Google. Kurzweil gilt als Pionier der Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz oder Englisch Artificial Intelligence. Kurzweil hat vor 20 Jahren ein Buch geschrieben, Homo Sapiens, das gibt es auch auf Deutsch immer noch, oder auf Englisch, The Age of Spiritual Machines, das Zeitalter geistlicher Maschinen. Und Kurzweil meint, oder Kurzweils Hochrechnung ist, dass die Technik des Hirnhochladens im Jahr 2045 ausgereift sein sollte. Im Spiegel heißt es da, Kurzweil könne daher selbst noch die Wiederauferstehung im Computer erleben. In der Osternummer war natürlich so eine Spitze drin gegen die Christen, Wiederauferstehung im Computer. Ja, Kurzweil hat schon 1999, kam dieses Buch auf Deutsch heraus, auch ein Bestseller, dort hat er geschrieben, Zitat haben wir hier, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden wir bald Maschinen bauen, deren Intelligenz an die der Maschine heranreicht und der Menschheit, ja, da ist ein Fehler unterlaufen, an die der Menschen heranreicht und diese sogar überflügelt. Auch wenn man über den Zeitpunkt, wann auch immer es ist, Uneinigkeit herrscht, diese Entwicklung wird von kaum einem Beobachter, der sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt, ernsthaft bestritten. Was die Entwicklung von Intelligenz angeht, werden Menschen die Evolution bis dahin um Längen geschlagen haben, denn dann haben sie in wenigen Jahrtausenden erreicht, wofür die Evolution Jahrmilliarden benötigte. Seine Prognose, und da ist er sich recht sicher, wir werden unsere Gehirne Schritt für Schritt verbessern, bis der Kern unseres Denkens eines Tages ganz in die weitfähigere und verlässlichere Maschine hinüberwandern wird. Und er meint, vor Ablauf des 21. Jahrhunderts wird der Mensch seine Stellung als das intelligenteste und leistungsfähigste Wesen auf Erden verloren haben. In Kurzweil, wie gesagt, ist nicht so ein esoterischer Spinner, das ist einer der technologischen Vordenker heute. Ja, ebenfalls vor zwei Jahren erschien die deutsche Ausgabe von Hararis Homo Deus, ich habe da schon jetzt genug drüber geredet. Und mit zum Erfolg des Buches dürfte beigetragen haben, dass er nicht einfach nur pessimistisch oder optimistisch ist. Das Buch ist also sehr interessant, es ist für uns Christen sehr gut geschrieben, sehr viele Einblicke, würde es natürlich, da es ein Atheist geschrieben hat, dennoch klar negativ bewerten, aber er ist nicht so blind optimistisch oder pessimistisch. Als das Buch erschien, gab es auch ein langes Interview mit dem Spiegel und da war die Überschrift auch, wir werden Götter sein. Homo Deus, der göttliche oder gottgleiche Mensch. Wann wird es soweit sein, war die Frage dort. Harari, es geht daher, es geht eher um Jahrzehnte als um Jahrhunderte. Und den Begriff Homo Deus versteht er dabei durchaus ganz wörtlich, wie er sagte. Mit diesem Homo Deus ist ein Mensch gemeint, der Fähigkeiten erlangt, die in traditionellen Vorstellungen Göttern vorbehalten sind. Manches davon haben wir längst erreicht. Insofern müsste schon der heutige Mensch seinen Vorfahren wie ein Gott vorkommen. Für den größten Teil der Geschichte erwarteten die Menschen von ihren Göttern Lösungen für praktische Probleme. Man war krank, man betete zu Gott. Es fiel kein Regen und die Ernte war bedroht, man betete zu Gott. Heute haben die Wissenschaft und der technische Fortschritt für die meisten dieser Probleme Lösungen gefunden, die viel besser sind als die unzuverlässigen Götter. Die Konzepte, die wir im 21. Jahrhundert noch mit Religion verbinden, das Jenseits etwa oder die moralischen Werte sind nur Überreste des Göttlichen. Es ist Harari im Spiegel. Man merkt, es spricht ein Atheist und kein Christ oder gläubiger Jude. Ja, Krankheit, Hunger, kriegerische Gewalt, so schreibt er in seinem Buch und durchaus richtig oder was er dort historisch schildert, hat der Mensch schon recht gut in den Griff bekommen. Das war ja auch das Thema meines ersten Vortrages. Wir haben dort tatsächlich Fortschritte gemacht im Kampf gegen Krankheit, Hunger, kriegerische Gewalt gibt es noch, aber die Opfer von Kriegen sind prozentuell weniger geworden. Harari schreibt nun, dass es neue Ziele gibt wie Unsterblichkeit, dauerhaftes Glück und Göttlichkeit. Das sind so die Dinge, die er wahrnimmt, die jetzt unsere neuen Ziele sind. Unsterblichkeit, dauerhaftes Glück und Göttlichkeit. Dann erläutert er auch die drei Wege, durch die sich der Mensch zum Homo Deus upgraden kann. Nur kurz genannt, Bioengineering, wie das heißt, durch die Verbindung von Gentechnologie und Neurowissenschaft erweitert der Mensch seine Fähigkeiten. Cyborg Engineering, auch noch so ein Fremdwort. Cyborgs, das sind Mischwesen aus Mensch und Maschine. Menschlicher Organismus wird durch anorganische Komponenten ergänzt. Das ist jetzt gar nicht so utopisch, wenn wir die schon erwähnten Bypässe und diversen Herzschrittmacher haben. Das sind natürlich schon die ersten Schwalben auf dem Weg dorthin. Ob das zu verurteilen wäre, ist eine andere Frage. Aber tatsächlich upgraden wir unseren Körper schon mit diversen technischen Hilfsmitteln. Aber Cyborgs sind tatsächlich Maschinen, Mischwesen aus Mensch und Maschine, die wir häufig auch in diesen Science-Fiction-Filmen dann sehen, wo dann die Frage ist, häufig Matrix, auch Blade Runner, ist das jetzt ein Mensch oder ist das eine Maschine? Das ist häufig so die knifflige Frage bei diesen Filmen. Sieht aus wie ein Mensch, vielleicht ist es ein Roboter, ist es eine Maschine oder ein Mischwesen oder doch ein Mensch und wie kann man das jetzt erkennen? Interessante Fragen auch bei diesen Science-Fiction-Filmen. Ja, und als drittes AI, Artificial Intelligence, damit sind gemeint nichtmenschliche, computergestützte Intelligenzen. Also ein Computer, der so intelligent ist wie ein Mensch. Auch alles nicht mehr völlige Utopie. Es ist gut bekannt, dass Computer schon die besten Schachspieler der Welt ohne Probleme schlagen und da wurden auch schon große Fortschritte gemacht. Ja, man kann auch hier noch ergänzen, dass Gehirn-Uploading ist so ein gewisser vierter Bereich, dass also das Gehirn in einen Computer ausgelagert wird. Ja, Ziel all dieser Maßnahmen ist der sogenannte Transhumanismus. Auch ein Begriff, an den sich die Christen langsam gewöhnen werden müssen. Der jenseits des Humanismus, also den Humanismus übersteigend, Wesen zu schaffen, die das uns bekannte Menschsein übersteigen. Ein Buch habe ich aus christlicher Perspektive in Amerika, es gibt einige erschienen aus evangelikaler Perspektive von einem baptistischen Autor, hat einen sehr guten Überblick gegeben. Wer sich das Buch mal ansehen will, kann das gerne tun. Also Ziel vieler dieser Vordenker des Transhumanismus ist eine radikale Änderung der menschlichen Natur durch Technologie. Also nicht nur ein bisschen Rumdoktoren, ein bisschen Krankheiten heilen, sondern radikale Änderung der menschlichen Natur. Große Herausforderung sicher für uns Christen. Harari selbst ist noch nüchtern im Hinblick auf die Unsterblichkeit. Und das macht sich ja, wie ich sagte, schon den Erfolg seines Buches aus. Er ist da nicht so naiv optimistisch, sondern schreibt eher nüchtern. Aber er sagt auch klar, in seinen Augen ist die Unsterblichkeit das große Projekt des Jahrhunderts, dieses 21. Jahrhunderts. Er sagt auch, das Erreichen der Göttlichkeit und deswegen auch dieser Buchtitel ist das Hauptziel. Denn Glück und Unsterblichkeit sind letztlich Teile des Werdens zu Göttern. Wenn wir Götter sind, dann sind wir auch ständig glücklich und unsterblich. Es geht also darum, zu Gott zu werden. Die SMD hat diesen Fragen sich auch schon gewidmet. Die zweite Nummer dieses Jahres von SMD Transparent, kann ich nur empfehlen, kann man sich runterladen im Internet. Der perfekte Mensch, wie Anthropotechnik unsere Welt verändert, Einblicke und Anstöße. Ein Beitrag von Siegfried Scherer ist ja auch bei euch erschienen. Der ist hier im Prinzip genauso drin. Also da sind auch manche Werke in Deutschland durchaus schon am Arbeiten und am Denken in diese Richtung. Ich möchte hier nur zitieren, Ulrich Eibach. Alles von ihm kann man an sich nur empfehlen. Mediziner, Fachmann für ethische Fragen und er hat hier in dem Beitrag in SMD Transparent eine gute Zusammenfassung von Hararis Thesen formuliert. Möchte ich hier nur zu kurz vorlesen. Für den israelischen Historiker und Bestseller Juwal Harari leitet das Verschmelzen von Bio- und Informationstechnologien das Ende des Glaubens an den Menschen als Krone der Schöpfung ein. Durch die neuen Technologien werde der Mensch zum Verbesserer der unvollkommenen Natur. Einen Gott und Schöpfer brauche man dann nicht mehr. Der Mensch dreht an seine Stelle und werde gar zum Schöpfer einer besseren Welt, die frei von Krankheiten ist. Für Gott ist kein Platz mehr. Er wird, auch wenn es ihn noch gibt, gleichsam arbeitslos und überflüssig. Die Menschen werden zu Göttern. Aber das ist nur die eine Seite. Harari lässt keinen Zweifel daran, dass das persönliche, freie Ich, unser Ich, eine Illusion ist. Und er sagt klipp und klar, die neuen Technologien werden den Menschen endgültig zu einer Marionette der Maschinen degradieren. Da ist er ziemlich nüchtern. Und dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Ja, was Christen sollten bei diesen Prognosen, etwas schaurigen Prognosen oder Aussichten nicht allzu sehr geschockt sein. Der gefallene Mensch strebt Göttlichkeit an. Das war schon immer so und wird immer so bleiben. Und daran ist im Grunde nichts Neues. Martin Luther hielt das schon fest. Kurz vor den 95 Thesen hat er einen an sich noch provokanteren Text verfasst. Die Disputation gegen die scholastische Theologie. Auch einige Thesen, die haben es noch mehr in sich als die 95 Thesen. Und dort schreibt Luther, also schon recht früh, sehr prägnant, sehr einfach, der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist. Vielmehr wollte er, er sei Gott, er sei Gott und Gott sei nicht Gott. Das war schon immer so. Der gefallene Mensch will nicht, dass Gott der Herr im Hause ist und der, ja, der Schöpfer und der mir zu sagen hat, wo es lang geht. Der Mensch will selber Gott sein. Lesen wir in den ersten Kapiteln der Bibeln schon, dass sie auf die, das Versprechen des Widersachers hereingefallen sind. Ihr werdet gottgleich sein. Und dann dachten sich die ersten Menschen, das ist nicht verkehrt. Gottgleich sein, das will der Mensch also schon immer. Jeder, jeder sündige Mensch will letztlich wie Gott sein, Gottgleichheit erlangen. Und dabei liefert die moderne Technologie nur besonders ausgefeilte Mittel, um das zu erreichen. Dieser Gedanke relativiert, ja, diese ganze Situation etwas. Deswegen müssten wir jetzt nicht, wie Greta Thunberg uns sagen würde, in Panik verfallen. Oh, der Mensch will zu Gott werden. Wir können ganz ruhig und gelassen sagen, nichts Neues unter der Sonne, das war schon immer so. Es ist jetzt sehr ernst, weil wir neue technologische Möglichkeiten haben, von denen Luther noch nichts wusste und wir vor 200 Jahren noch nichts wussten. Ja, ich komme da gleich zu. Ja, deswegen, was ist unsere christliche Vision? Was können wir positiv jetzt angesichts dieser Herausforderung sagen? Und ich will jetzt nur abschließend drei Dinge nennen, drei kurze Punkte anreizen. Stichwort, drei Stichworte mit G. Grenzen, gute Nachricht und Geschichte. Grenzen, gute Nachricht und Geschichte. Grenzen. Erstens gilt es, Grenzen allgemein neu zu schätzen. Denn, wie wir sahen, der Gott der Bibel ist ein Gott der Grenzen. Er ist klar unterschieden von seiner Schöpfung. Das ist die wichtigste Grenze überhaupt, die Grenze zwischen Gott und allem Geschaffenen. Ganz anders, wie wir sahen, ist das in polytheistischen Religionen des antiken Heidentums. Dort ist Gott mit der Welt vermischt. Im Christentum und Judentum ist dies nicht der Fall. Deswegen können wir sagen, dass sich Gott gleichsam selbst eine Grenze gesetzt hat. Er hat sein Wesen nicht auf den ganzen Kosmos ausgedehnt. Die gesamte geschaffene Welt ist nicht Gott. Dazu habe ich schon genug gesagt in diesen Tagen. Und das kann man nicht heute zu Tage stark genug betonen. Die ganze esoterische Literatur, die gibt es auch in Litauen haufenweise, aber natürlich auch in Deutschland. Die esoterische Literatur, alles, alle pantheistische Literatur und jetzt auch diese wissenschaftlich-technologischen Autoren laufen dagegen Sturm an. Nein, die Welt ist göttlich oder hat göttliches Potenzial oder wir können zu Gott werden. Und die Christen sind im Prinzip die einzigen, die sagen, nee, die Welt ist geschaffen und nicht Gott. Das müssen wir heute immer im Hinterkopf behalten. Ja, die ersten Menschen überschritten ein Gebot, eine von Gott gesetzte Grenze. Sie revoltierten damit aber auch gegen die noch grundlegendere Grenze zwischen Mensch und Gott. Hier sehen wir Reinhold Niebuhr, ein deutschstämmiger Theologe aus den USA, vor knapp 50 Jahren gestorben. Und er formulierte sehr gut, dass Sünder sein sich allgemein dadurch ausdrückt, dass wir nicht als begrenzte Geschöpfe Gottes leben wollen. In einem seiner Werke schreibt Niebuhr, der sündige Mensch will die Grenzen seiner menschlichen Geschöpflichkeit überschreiten. Er ignoriert seine Grenzen und gibt vor, er sei nicht begrenzt. Er glaubt, er könne nach und nach die endlichen Begrenzungen übersteigen, bis sein Geist mit dem universellen Geist eins wird. Das hat der Niebuhr vor 80 Jahren geschrieben und heute klingt das schon, ja, geradezu prophetisch im Rückblick und hat ganz neue Relevanz. Wir wollen unsere endlichen Grenzen übersteigen, bis der Geist mit dem universellen Geist eins wird. Er hat da sicher noch an, nicht an Maschinen gedacht, aber Kurzweil und andere würden sagen, ja, das laden wir, da denken wir mal an sehr leistungsfähige Computer, in denen wir diesen, unseren Geist hin auslagern. Ja, wir sehen also, dass heute schon die Grenze zwischen Mensch und Maschine in Frage gestellt wird. Auch schon eine ganze Weile steht der Unterschied von Mensch und Tier zur Debatte. Die Grenze löst sich auch immer mehr auf. Der australische Philosoph Peter, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Singer, schreibt da sehr viel dazu und ist sehr eifrig, auch ein Atheist, dabei, ja, grundsätzlich die Grenze zwischen Mensch und Tier für als Blödsinn zu bezeichnen. Und er will, die Tiere sollen Rechte bekommen und so weiter und so fort, also Menschenrechte. Sinjar als Philosoph ist da sehr engagiert. Wiederum kein Zufall, dass er Atheist ist. Ja, hier sind christliche Antworten gefordert, die Gottes geschaffene Grenzen neu deutlich machen. Wir sind natürlich auch herausgefordert, persönliche und ethische Grenzen im Umgang mit Technologie zu setzen. Gestern erwähnte ich das Beispiel künstliche Befruchtung. Da müssen wir genau überlegen, ja, wo ist die Grenze, die wir ziehen müssen? Welche Arten können wir ethisch rechtfertigen, biblisch, welche nicht? Auch schon wurde angeschnitten, die Genschere. Wann können wir in unseren, in unsere Gene sollten einschreiten? Jonathan nannte das Beispiel ja von gestern im Gespräch. Jemand hat eine Erbkrankheit. Wenn wir jetzt den Menschen aus dem Gen, die herausschneiden können, machen, ist das wahrscheinlich zu rechtfertigen. Aber wenn wir in die Keimbahn eingreifen, ist das wahrscheinlich nicht zu rechtfertigen. Hier müssen wir gut überlegen, nachdenken, wo sind genau die Grenzen zu ziehen. Hier stehen wir vor neuen Herausforderungen, von denen die Christen vor Jahrzehnten noch gar nicht standen, weil es die technischen Möglichkeiten nicht gab. Das ist ein breites Feld, was sicher dann jetzt an den theologischen Seminaren in der Ethik behandelt werden muss. Wo sind konkret die Grenzen zu ziehen und wo nicht? Ja, wir müssen Grenzen neu schätzen. Wir haben von Gott in den Geboten Grenzen bekommen, Grenzsetzungen, in deren Rahmen wir gut leben können. Er hat uns Schöpfungsordnungen gegeben, wie Staat, Kirche, Familie und Wirtschaft, die jeweils auch begrenzte Aufgaben und Vollmachten haben und deren Grenzen wir auch verstehen müssen. Wir haben auch jedem Einzelnen, hat Gott uns in seiner Geschöpflichkeit mit Körper, Geschlecht, Charakter, Herkunft, Kultur und Sprache gewisse Grenzen mitgegeben. Ich bin ein Mann und keine Frau, das ist meine natürliche Grenze. Die wird natürlich heute auch immer mehr überschritten. Männer werden Frauen und umgekehrt und so weiter und so fort. Ja, heute wird leider jedoch in christlichen Kreisen überwiegend von Ganzheitlichkeit geredet. Alles Holistische ist in. Holistisch einfach nur das Fremdwort von Ganzheitlichkeit. Es ist viel davon die Rede, dass alle möglichen Grenzen zu überwinden sind. Und das mag auch häufig der Fall sein. Es ist tatsächlich Kennzeichen der allgemeinen Gnade Gottes, dass wir Grenzen in vielerlei Hinsicht erweitern können, auch dank Forschung und Technik und Wirtschaft und Handel. Das ist positiv zu sehen. Deswegen müssen wir unterscheiden lernen zwischen guten und dauerhaften Grenzen, die es zu achten gilt, und falschen Grenzen, die wir überwinden sollen. Da müssen Christen viel drüber nachdenken. Es gibt Grenzen, die einfach schlecht sind. Rassismus ist eine schlechte Grenzsetzung. Diese Rasse ist schlecht, mit der darfst du dich nicht vermischen und diese Rasse ist gut. Das ist natürlich eine, ja, für Deutsche war das mal sehr aktuell, eine blödsinnige Grenze, die biblisch nicht zu rechtfertigen ist. Die Bibel erlaubt ja auch, heiraten über rassische Grenzen hinaus. Sie setzt eine ganz andere Grenze als diese, als Rassisten halt. Es gibt neutrale Grenzen, solche, die wir erweitern können. Und das ist ein Element unserer Geschöpflichkeit, dass Gott an uns arbeitet, wir kreativ und einfallsreich sind und wir können an vielen unserer natürlichen Grenzen arbeiten. Wir können unseren Charakter verändern, Gott sei Dank. Wir können Sprachen lernen. Wir können uns in andere Kulturen hinein leben. Also wir können tatsächlich an vielen Grenzen arbeiten. Aber trotzdem bleiben Grenzen grundsätzlich gut und sind oft von Gott gewollt und meist ein Segen. Die Verwischung grundlegender Grenzlinien ist eines der größten Übel unserer Zeit. Das sagte der kalvinistische holländische Theologe und Staatsmann Abraham Kuyper vor 120 Jahren. Verwischung aller Grenzlinien, sagte er, führt eine Gesellschaft ins Dunkel und Einzelne in Verwirrung. Weil wir sind von Gott halt als Wesen gemacht, die mit Grenzen irgendwie leben sollen und können. Deswegen müssen wir halt jetzt angesichts der Herausforderungen der Biotechnologie ganz neu darüber nachdenken und intensiv darum mit uns beschäftigen. Also Grenzen. Das zweite für uns ein bisschen klingt besser und ist näher. Gute Nachricht. Gute Nachricht ist die Wiederherstellung echten Menschseins, denn das Evangelium ist die Botschaft von der rettenden Tat Gottes in Jesus Christus für den Menschen. Dieser Mensch war gut geschaffen, Teil von Gottes guter Schöpfung. In Jesus Christus kam Gott selbst in seine Schöpfung und wurde ein Mensch wie du und ich. Gottheit und Menschheit waren und sind in ihm in geheimnisvoller Weise verbunden. Jesus ist Gott und Mensch. Aber Gottheit und Menschheit sind in ihm nicht vermischt. Jesus war kein Übermensch, sondern im Hinblick auf sein Menschsein ein ganz normaler Mensch. Christen sind Nachfolger Christi. Wir sind berufen Gott und konkret Christus, dem vollkommenen Abbild des Vaters immer ähnlicher zu werden. Doch wir sollen nicht Gott werden. In Ewigkeit bleiben wir Geschöpfe. Auch wenn wir einmal bei Gott sein werden, Offenbarung 21, Vers 3, wird die Grenze zwischen Schöpfe und Geschöpf nie aufgehoben werden, auch in Ewigkeit nicht. Gott wird mit ihnen, den Menschen, sein. In der Vulgata heißt es dort, Offenbarung 21, Vers 3, Deus cum hominibus. Im Singular wäre das dann Deus cum homine. Gott mit dem Menschen. Und das ist die christliche Version der Zukunft, die Zukunft der Glaubenden. Die ist nicht homo Deus, der göttliche Mensch, sondern Deus cum homine. Wenn wir schon mal beim Latein sind, dann bleiben wir auch dabei. Gott mit dem Menschen. Der Mensch wird sich im Himmel, im Jenseits bei Gott nicht in einen Gott verwandeln, auch nicht in einen Engel. In Litauen glauben sehr viele katholisch geprägte Menschen, im Jenseits wird man zu einem Engelwesen. Wir haben, es wird vielleicht Ähnlichkeiten mit den Engeln geben, aber wir werden nicht zu Engeln werden, wir werden in Ewigkeit Menschen bleiben. Veränderte Menschen, andere Menschen mit einem Geist, ja, veränderten Körper, aber wir werden Menschen sein, die mit Gott leben werden und nicht zu Gott werden. Erlöstes Menschsein sollte deshalb neu in den Fokus unserer Darstellung des Evangeliums rücken. Wir müssen klar machen, dass die Botschaft von der Vergöttlichung des Menschen mit Hilfe von Wissenschaft und Technologie in Wahrheit eine schlechte Nachricht ist. Denn wenn ich zu Gott oder zum vergöttlichten Menschen zum homo Deus werden kann, dann liegt die ganze Last der Umsetzung, der Verwirklichung auf mir. Ich bin es, der sich selbst zum Gott machen muss. Natürlich mit Hilfe dieser Technik und Maschinen, aber ich bin es. Und scheitere ich daran, ist es meine eigene Schuld. Dann werde ich halt eines dieser, der Sklaven der Zukunft werden, die die menschliche Elite dann zu versorgen hat. All das hat Züge einer gnadenlosen Religion der Werke. Selbstzerlösung und Vergöttlichung ist eine zu große Last für den Menschen. Harari gibt das an manchen Stellen durchaus zu verstehen und daran können wir durchaus anknüpfen. Soll das eine gute Nachricht sein? Haben wir als Christen nicht eine viel bessere gute Nachricht als das, was er in der Zukunft sieht? Ja, die christliche Nachricht lautet dagegen, ich bin nicht Gott und das bedeutet genauso, ich brauche nicht Gott zu sein. Die Unterscheidung von Gott, Mensch und Welt ist zuallererst eine große Befreiung zur Würde und Persönlichkeit jedes Menschen. Wir sind dazu aufgerufen, Menschen wie Christus zu werden. Wenn selbst der inkarnierte Gottessohn seinem Vater gehorsam war, da sind auch erlöste Menschen berufen, wie ihr Retter unter Gott und mit ihm zu leben. Ja, was ist der Mensch? An den theologischen Seminaren und Bibelschulen und so weiter ist das dogmatische Fach, das sich mit Antworten beschäftigt, die theologische Anthropologie, die theologische Lehre vom Menschen. Und ich denke, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dieses Fach noch wichtiger werden wird. An den evangelikalen Seminaren, Bibelschulen und wohl auch Hochschulen gehört es, so mein Eindruck, nicht zu den Kernfächern. Wenn es denn überhaupt angeboten wird, ich weiß an sich, ich war am TSR, Neues Lebensseminar, jetzt TSR, ich gute Frage, ob es da überhaupt einen Kurs oder Fach gibt, Anthropologie oder Lehre vom Menschen. Und mir scheint, dass der theologische und pastorale Nachwuchs nicht unbedingt angemessen auf die sehr ernsten Debatten der Zukunft vorbereitet ist. Das zeigt sich auch an dem christlichen Buchmarkt in Deutschland. Da gibt es, da habe ich mir mal die Mühe gemacht, Amazon und kreuz und quer zu gucken, was haben wir denn? Es gibt dicke Schmöker für die Experten in Sachen Theologie wie Wolfhard Pannenbergs Anthropologie. Da habe ich bei mir stehen, dickes Werk für den Laien oder den normalen Gemeindemenschen, auch selbst Pastor, ist das nicht so das Wahre, sehr dick, sehr fachlich orientiert. Philosophisch orientiert, auch nicht recht für eine Gemeindepastor ist, was ist der Mensch von Harald Säubert von der STH in Basel. Recht philosophisch, nicht schlecht, aber immerhin zu dem Thema, was ist der Mensch? Aus der Reihe des Arbeitskreises für Evangelikale Theologie, die geben jedes Jahr ein oder alle zwei Jahre ein Sammelband heraus, an sich sehr gut. Da gab es mal vor Jahren ein Mensch, was ist das? Kann man, glaube ich, auch nicht mehr bekommen oder nur noch schwierig. Was es gibt, um überhaupt was Positives zu sagen, was in deutscher Sprache herauskam, ist Being Human von Reynolds Macaulay, Jerem Baas. Die waren beide Leiter des britischen Zweigs der Labrie-Gemeinschaft, gegründet von Francis Schaeffer in der Schweiz. Reynolds Macaulay, Francis Schaeffers Schwiegersohn, ist jetzt auch schon über 80. Jerem Baas, auch ein Brite, hat dann lange in Amerika gelebt. Die haben dieses Buch herausgebracht, die deutsche Ausgabe ist dies, wie sollen wir leben, den Sinn des Daseins entdecken. Sehr zu empfehlen. Zum Menschsein mit dem Fokus auf Jüngerschaft. Nachfolge, Gehorsam, Gebet, Familie, da ist alles Mögliche drin. Unsere Themen, Technologie werden da nicht so berührt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ihr Fokus ist ja auch Menschsein, was ist das? Der englische Titel macht das ja deutlich, Being Human. Haben wir auch auf Litauisch herausgegeben. Sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Kriegt man ja auch kaum noch zu kriegen. Gebraucht oder im Antiquariat. Wer Englisch lesen kann, das englische Buch kann man immer noch bekommen. Empfehle ich selber. Ja und sonst im deutschsprachigen Bereich ist das ziemlich dünn. Ein Deutscher, es gibt ja schon so absurde Situationen, das habe ich auch mitgebracht. Hans Schwarz ist ein Deutscher, hat lange in den USA gelehrt, am Ende in Regensburg. The Human Being, A Theological Anthropology. Ein Deutscher hat ein Buch geschrieben auf Englisch, auf Deutsch gibt es das gar nicht. Das ist ein, das würde ich jedem Pastoren und Theologen empfehlen, nicht zu dick, nicht zu anspruchsvoll, nicht zu seicht. Was ist der Mensch? Sehr gut, biblisch gibt es auf Deutsch nicht. Da haben wir ein großes Defizit, das behoben werden müsste und die Verantwortlichen in Gemeinden, ja, müssen Englisch lernen. Das ist auch so eine Sache heute, wenn man halt Englisch halbwegs kann, sollte man sich sowas dann besorgen und lesen. Ja. Drittens scheint mir hilfreich, unsere Gegenwart und Zukunft viel stärker aus der Perspektive der Geschichte zu betrachten. Also Grenzen, gute Nachricht und drittens Geschichte. Gerade in einer hochtechnologisierten Zeit wie dieser kann eine historische Herangehensweise ein gewisses Gegengewicht darstellen und beim Gegensteuern helfen. Denn mit dem Stichwort Technologie verbinden wir ja meist die neuste, fortschrittlichste Technik. Und dabei wird dann die Geschichte wie von selbst ausgeblendet. Beim Nachdenken über Technologie kommt dann die Schaufel und der Hammer kaum in den Blick und über Sprache und Buchstaben denkt man dann auch nicht nach, obwohl das in der Geschichte halt die wichtigsten Werkzeuge waren. Bei Technologie denken wir an diese Dinge, die es seit ein paar Jahrzehnten nur gibt. Ja, blickt man aber nur auf die Gegenwart, führt das zu zwei falschen Reaktionen. Zur übertriebenen Hoffnung für die Zukunft, wir werden zu Göttern, oder aber zur falschen Verteuflung. Wenn das wirklich Erreichte in der Geschichte Erreichte nicht gesehen und gewürdigt wird. Deswegen habe ich dem ersten Vortrag auch diesen geschichtlichen Überblick gewidmet. Wir dürfen nicht in den Fehler verfallen, oh, alles Mist, was heute gibt, früher war alles besser. Das ist auch Blödsinn. Wir dürfen nicht alles verteufeln und wenn wir in die Geschichte blicken, dann sehen wir nämlich konkret, was uns Maschinentechnologie gebracht haben. Also eine geschichtliche Perspektive bewahrt uns vor den übertriebenen Hoffnungen, aber auch vor falschen Verteufelungen. Neil Postman, den ich gestern schon erwähnte, er plädierte im Technopol dafür, jedes Fach auch als Geschichte zu unterrichten. Also jedes Fach mit einer geschichtlichen Perspektive zu versehen. Sprache, Geschichte der Sprache, Technik, Geschichte der Technik, Wissenschaft, Kunst, Schule, Erziehung. Studiert man all die Geschichten dieser Fächer, schafft das eine gesunde, kritische Distanz. Wenn man zum Beispiel die Geschichte der Schule sich vornimmt und die studiert, dann merkt man, der Staat hat früher mit der Schule gar nichts zu tun gehabt. Die Schulen waren in Trägerschaft von Kirchen, sehr lange, sehr häufig. Da gab es keine Bekenntnisschulen oder sowas. Da waren alle Schulen von Kirchen. Und der Staat hat erst in ungefähr den letzten 200 Jahren die Bildung vereinnahmt. Und das gewinnt man eine gewisse kritische Distanz. Vielleicht muss der Staat nicht unbedingt die Bildung kontrollieren. Ich ernannte das Beispiel der Noten. Wenn man festgestellt hat, durch einen Blick in die Geschichte, früher gab es keine Noten, bis vor 200 Jahren war sowas unbekannt, dann denkt man sich, wahrscheinlich sind Noten nichts Gottgegebenes. Wir könnten vielleicht auch ohne sie auskommen. Den Gedanken gewinnt man gar nicht, wenn man nur in die Gegenwart guckt, weil überall gibt es Noten, an den Hochschulen, Schulen, alles wird benotet, also müssen Noten sein. Gucken wir in die Geschichte? Nö, geht auch ohne. Kann man auch, konnte man in der Vergangenheit auch irgendwie ohne machen. Also ein Blick in die Geschichte hilft also in vielerlei Hinsicht. Ja, Postman schlägt vor, in dem Buch im geisteswissenschaftlichen Unterricht die Werke der Vergangenheit in den Vordergrund zu stellen. Vor allem das historische Studium der Kunst könne von der Tyrannei der Gegenwart befreien. Und da muss ich sagen, da hat er voll den Schwarzen getroffen. Und das kann ich nur empfehlen, Kunstgeschichte zu studieren, Wer kommt aus Eithorff? Ja, ne, setzt euch in die, vielleicht schon gemacht, kann man sich in die S-Bahn setzen, fährt zum Kölner Hauptbahnhof, geht eine Viertelstunde und dann ist man im Wallraff-Richards-Museum in Köln. Sehr zu empfehlen, nicht groß, hat eine tolle Sammlung vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Ich war da im Mai, deswegen bin ich ganz begeistert noch, seit vielen Jahren wieder. Wallraff-Richards-Museum in Köln, das Städel in Frankfurt, die Kunsthalle in Hamburg, wo hingehen, angucken, muss man nicht alles verstehen, muss man nicht alles gut, im 20. Jahrhundert wird es dann kritisch, da muss man nicht alles toll finden, aber vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert angucken. Denn man merkt, auch ohne die Technologien der Gegenwart, waren die Leute sogar schon im Mittelalter zu wahnsinnigen Leistungen fähig, künstlerischen Leistungen, von denen wir einfach nur staunen. Thema der ersten Vorlesung. In Köln gibt es eine ganze Etage zur mittelalterlichen Kunst. Köln, wichtige Stadt, viele Kölner Künstler schon im hohen Mittelalter. Das ist also sehr beeindruckend und ist ein sehr gutes Korrektiv zu unserer technikbegeisterten Gegenwart. Wenn Sie auch im Ausland sind, ja, da gibt es natürlich in anderen Großstädten Europas genug zum Angucken. Ja, die Kunstgeschichte gerade, sie relativiert unsere oft naive, manchmal sogar dumme Technikbegeisterung der Gegenwart. Postman rief auch in einem seiner letzten Bücher die zweite Aufklärung dazu auf, gelassene Vernunft gegenüber dem Furor technologischer Innovationen zum Zuge kommen zu lassen. Ich benutze eine Technologie, wenn ich für mich einen Vorteil darin sehe. Ich weigere mich, mich von ihr benutzen zu lassen. Und er starb Mitte der 90er. Er unterrichtete an Universitäten für viele Jahrzehnte und konnte daher vergleichen. Früher schiebt man auf Papier, schon in den 90er Jahren war Hightech an den Hochschulen angesagt. Und Postman hat ein schönes Zitat, wo er die jüngere Vergangenheit analysiert und schreibt über seine universitäre Welt. Ja, die Bücher, die die Professoren schreiben, sind nicht besser als früher. Ihre Ideen sind ein bisschen weniger interessant, ihre Gespräche eindeutig weniger faszinierend und für ihre Lehre gilt dasselbe. Was die Studenten angeht, schreiben sie schlechter als früher und das Überarbeiten eines Textes ist ein Konzept, das ihnen fremd ist. Man sagt mir, dass ihnen mehr Informationen zugänglich sind, aber fragt man sie danach, wann die amerikanische Unabhängigkeit erklärt wurde, müssen die meisten passen. Alles in allem liegt der Fortschritt im Denken und im Unterrichten in etwa bei Null. Vielleicht mit einem Verlust von zwei bis drei Metern. Das ist ein sehr guter Kommentar am Ende. Alles in allem der Fortschritt im Denken und Unterrichten bei Null mit einem Verlust von zwei bis drei Metern. Und da hat er so ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich sagen. Postman bedauerte, dass der Gott der Technologie gerade im Bereich der Schule und Erziehung angebetet wird. Das sehen wir auch in Deutschland in unseren Debatten. Alle Probleme in den Schulen lassen sich lösen, wenn sie alle nur mega schnelles Internet bekommen und Tablets für jeden Schüler und dann lösen sich alle Probleme auf. Würde Postman sagen, es ist sehr naiv. Nimm Geld, nimm Technik und alle Probleme der Schule werden gelöst. Ja, es ist eine völlige blödsinnige Vorstellung. Ja, in vielen gesellschaftlichen Bereichen geht die Begeisterung über die Technik der Gegenwart mit dem einher, was C.S. Lewis an manchen Stellen chronologischen Snobismus nannte. C.S. Lewis, der große christliche Autor und Apologet, vor 56 Jahren gestorben, der wichtigste weltweit christliche Autor des 20. Jahrhunderts, neben Tolkien wahrscheinlich. Und er hatte auch kein ordinierter Theologe, aber sehr, sehr gute Einblicke. Ja, er sprach vom chronologischen Snobismus. Dies ist die Überzeugung, dass alles, was alt und technologisch rückständig ist, uns nichts mehr angeht und was aktuell und der neueste technologische Schrei ist, bevorzugt werden sollte. Snobismus, ja, das ist vor ein paar hundert Jahren geschrieben, das ist ja nicht mehr zeitgenössisch und geht mich gar nichts an. Das ist letztlich diese Haltung. Die ist wesentlich weiter verbreitet, als man denkt. Und Lewis hat sehr gut das analysiert und als großes Übel erkannt. Lewis betonte dagegen, dass man nicht fragen soll, ob eine Idee oder Lehre alt oder neu, sondern ob sie wahr oder falsch ist. Entsprechend sollten wir auch bei Werkzeugen und Technologien fragen, ob sie uns wirklich helfen und wie ihr Nutzen Einschutzer schätzen ist. Lewis empfahl ganz konkret das Lesen alter Bücher, gibt ein Essay von ihm, 75 Jahre alt, und dort schreibt er, Jedes Zeitalter betrachtet die Welt durch seine eigene Brille. Es hat für bestimmte Wahrheiten einen besonders guten Blick und ist für bestimmte Irrtümer besonders anfällig. Wir alle brauchen darum Bücher, welche die charakteristischen Irrtümer unserer eigenen Zeit korrigieren. Und das heißt alte Bücher. Der Brite forderte den Kampf gegen die Tyrannei der Gegenwart, ähnlich wie Postman. Und er sagte, wir dürfen nie aufhören, den klaren, frischen Wind der Jahrhunderte durch unsere Köpfe wehen zu lassen. Nicht das einzige Mittel, aber ein sehr wichtiges, um diesen Wind zu spüren, ist eben das Lesen alter Bücher. Nicht, dass in der Vergangenheit alles besser gewesen wäre, gewiss nicht. Die Leute waren damals nicht gescheiter als heute. Sie machten genauso viele Fehler wie wir, aber nicht dieselben Fehler. Sie bestärken uns nicht in den Irrtümern, die wir ohnehin schon begehen. Das ist die große Weisheit von C.S. Lewis, der nicht naiv meinte, früher war alles besser und die Leute waren schlauerer und frömmer und was weiß ich. Sie waren halt anders als wir, hatten eine andere Perspektive und können uns mit ihrer alten Perspektive uns heute korrigieren. Ich denke, das ist, ach, das ist einfach so und dem kann man kaum was hinzufügen. Ja, liest man die alten Bücher, stellt man fest, dass die Menschen im Grunde über all die Jahrhunderte und Jahrtausende immer die gleichen geblieben sind. Das merkt man dann. Gleiche Probleme in den Kirchen. Luther hatte schon mit den gleichen Problemen zu ringen, mit denen heute Pastoren und Gemeinden zu ringen haben und so weiter und so fort. Und deswegen lesen wir auch das Alte Testament, wo wir dann sehen, da gibt es die gleichen Probleme, mit denen wir heute auch zu tun haben. Wir hörten heute von ungewollter Kinderlosigkeit. All das, die Probleme der heutigen Menschen, gab es im Grunde schon, können wir auch schon im Alten Testament nachlesen. Ja, die Menschen sind die gleichen geblieben. Sie haben sich seit dem Sündenfall gegen Gott aufgelehnt. Der sündige Mensch will sich mit seinem Dasein als Geschöpf nicht zufrieden geben. Er wird immer alles ihm zur Verfügung stehende nutzen, um Gott gleicher zu erreichen. Und die genannte die Anthropotechnik liefert nur neue Werkzeuge, wenn auch sehr mächtige, um dieses Streben zu befriedigen. Wir können daher auf der einen Seite gelassen sein, denn die Zeiten sind in vielerlei Hinsicht nicht düsterer als früher. Das war so der Tenor meines ersten Vortrags. Die Zeiten sind in mancher Hinsicht nicht düsterer als früher. Wir wissen, auch Luther dachte schon, der Weltuntergang, die Zeiten sind so schlimm, der muss morgen kommen. Ist er nicht gekommen. Wir können öfter denken, dass es geht alles jetzt den Bach runter. Auf der anderen Seite bleiben die Herausforderungen. Wir brauchen sogar der Agnostiker Postman. Wir brauchen liebevolle Widerstandskämpfer, die mutige Entscheidungen treffen. Und ein christlicher Autor hier, ich habe mal sein Buch gezeigt, kann ich auch nur empfehlen. The Benedict Option gibt es auch auf Deutsch. Die Benedict Option wahrscheinlich kann man auch auf Deutsch bekommen. Der Untertitel im Englischen eine Strategie für Christen in einer postchristlichen Nation oder Welt. Er schreibt als Amerikaner, aber man kann das im Prinzip auch alles auf den deutschen Kontext übertragen. Kann ich sehr empfehlen. Er selbst ist orthodoxer Christ, aber schreibt für Evangelikale und Katholiken und Orthodoxe, für alle theologisch-konservativen. Und er hat auch das letzte Kapitel in seinem Buch Man and the Machine, wo es genau um unser Thema geht, der Mensch und die Maschine, wo er unsere Themen von heute auch behandelt und dort sehr gute Aussagen macht. Und Dreher schließt dort mit einer Voraussage, mit der möchte auch ich schließen heute. Es wird eine große Scheidung kommen zwischen denjenigen Menschen, die als Geschöpfe leben wollen und den Menschen, die zu Maschinen und Göttern werden wollen. Das wird, so Dreher, die Entscheidung der Zukunft sein. Wollen wir als Geschöpfe Gottes leben oder wollen wir als Maschinen mit göttlichem Potenzial leben wollen? Und er ruft dazu auf, mutig auf der Seite der Geschöpfe zu stehen und damit auch auf Seiten des Schöpfers. Und mit dieser Aufforderung von Dreher möchte ich auch ich schließen. Aufforderung von Dreher mit der Schöpfers 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 Untertitelung des ZDF, 2020